Na ihr Radis, moin moin, ich bin's, der Skala. Und ich wollte mich nur mal ganz kurz aus dem Off melden, einfach deshalb, weil in den letzten paar Tagen dann doch ein bisschen weniger kam, als ich es eigentlich will und vorhab. Joa, liegt einfach daran, dass gerade das reale Leben ein bisschen, ich sag mal so, stressiger ist. Sagen wir es doch einfach so, wie es ist. Was soll der Geiz? Genau, so ist das. Und ich dachte aber, ehe ich jetzt wieder komplett in der Versenkung verschwinde für die Tage, sag ich einfach mal ganz kurz, dass es eben so ist und dass ihr euch, aber falls ihr euch denn Sorgen machen solltet, keine Sorgen machen sollt, dass es hier jetzt irgendwie nicht mehr weitergeht. Nee, nee, ich denke mal, ich hoffe mal, dass ich dieses Wochenende jetzt wieder zum Aufnehmen komme und dann es nächste Woche auch endlich wieder im gewohnten Rhythmus weitergeht. Das wäre doch ein absolutes Träumchen, genau. Einen Minecraft-Part habe ich noch in der Pipe, also den habe ich noch irgendwie vor drei Wochen mal aufgenommen. Den gibt es jetzt dann auch heute oder morgen, je nachdem. Vielleicht ist er sogar schon oben, wenn dieses Ansage-Video kommt. Ich kann es gerade nicht genau beurteilen. Aber ist auf jeden Fall noch einer da, der ist noch von vor drei Wochen, habe ich den aufgenommen oder so. Danach war plötzlich alles ein bisschen voll, hat sich alles ein bisschen getrubelt, aber naja, so läuft es manchmal. Genau, und ich hoffe, dass es nächste Woche dann wieder regulär losgeht. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich euch natürlich noch empfehlen, mal schon mal in die paar existenten Parts von A New Beginning reinzuschauen, was gerade ja noch eines der jüngsten Projekte ist, die ich auf meinem Kanal habe, wo es dann auch nächste Woche garantiert weitergeht. Denn das ist wirklich ein tolles Spiel und es verdient auf jeden Fall noch den ein oder anderen Zuschauer, der vielleicht solchen Point-and-Click-Adventures ein bisschen skeptisch gegenübersteht, einfach mal reinschauen. Ganz genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende, bleibt gesund und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn alles gut geht. Bis dann und tschüssli, euer Skadi der Raddy. Moin. Tag. 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 Tag.